Wer schleicht hier um den Dom? Ich habe euch gesindelt schon vom Turmfenster gesehen. Hallo? Da musste ich ganz runter rennen. Alle 196 Stufen. Hallo? Jemand da? Ist da noch wer? Meine Augengläser zerbrachen und ich finde den Heimweg nicht. Der Prokurator Hofmann, ein Geldsack vom Gericht. Ah, guter Mann. Zeigt er mir den Weg zur Ferkelgasse? Zu Diensten. Kostet ihn zehn Kreuzer. Als Spende für den Herrgott? Für den Kellerwirt. Unverschämter. Ich werde meinen Weg schon finden. Wollen Sie wissen, ob der nach Hause kommt? Hört mich jemand? Das können Sie angucken. Den da und mich. Kostet nur zehn Kreuzer. Hallo? Zu Diensten kostet ihn zehn Kreuzer. Stadtgespräch bei Nacht. Kostümführung mit Domtürmer und Prokurator. Buchbar bei der Touristinformation unter www.wetzlar-tourismus.de Nach gu Gardner